Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered bei Baden TV. Vorweg, bevor ich zum Spiel komme, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, eine Minute an verstorbenen alten Mitarbeiter zu gedenken. Klaus Wisniewski, alter Betreuer aus der U19, ist in dieser Woche verstorben, hat lange Jahre für den Verein gearbeitet, einige A-Jugendtrainer hier begleitet, mich unter anderem stoisch, mich ertragen wir uns gegenseitig und sie ist ja diese Woche verstorben. Da ein kurzes Gedenken. Ansonsten zur Aktualität, auch ich hatte das Gefühl, wir haben die erste Halbzeit kontrolliert. Ich glaube, haben beide Trainer das Gefühl gehabt, sie kontrollieren das Spiel und dementsprechend war es, glaube ich, auch ausgeglichen. Auch wir haben vier, fünf gute Angriffe, wo der letzte Ball nicht kommt, wo die letzte Präzision nicht da war. Für die war aber auch gut eingestellt auf uns, genauso wie umgekehrt, ich glaube, eine Halbzeit, die von der Taktik geprägt war. Ja, und mit dem Tor bringen wir das auf unsere Seite, haben aber mal Chancen. Ich glaube, zum 2-0 und zum 3-0 auch, glaube ich, frühzeitig den Sack zuzumachen. Das haben wir nicht genutzt und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, wir haben das geschehen im Griff. Natürlich kann in der letzten Minute auch so ein Tor passieren, aber es kann immer. Trotzdem hatte ich das Gefühl von der Körpersprache, vom Einsatz, dass wir wirklich das Ding über die Zeit bringen und dass wir das Spiel hier wirklich gewinnen. Wir haben alles dafür getan, auch wenn man sich so die Laufstatistik anguckt, gerade mal geschaut, das waren, glaube ich, 123 Kilometer heute. Ich glaube, dass jeder heute an seine Grenze gegangen ist, um wirklich hier zu Hause nach den letzten bitteren Ergebnissen wirklich die Wende zu schaffen. Das haben wir heute wirklich alle gemeinsam getan und dafür muss ich meiner Mannschaft auch wirklich Respekt aussprechen, weil wir es ja nicht leicht hatten. Wir haben gut gespielt, dann sind immer wieder Gegentore gefallen, abgefälschte Klamotten, dann kriegt man einen Elfmeter gegen sich, keine für sich. Dann startet das Spiel mit zwei Handspielen, wo man denkt, muss man vielleicht nicht geben, aber es wird prinzipiell, glaube ich, drei Hand ist einmal Elfmeter für uns so ungefähr, habe ich gerade das Gefühl. Und trotzdem haben wir nie aufgegeben und trotzdem haben wir immer weiter versucht, aufs Tor zu spielen, haben unser Spiel gemacht. Und das ist eine Riesenqualität, dass man auch allen Widrigkeiten hier zum Trotz und wenn es auch hier gerade mal nicht so läuft, sich zusammenrauft, sich zusammenreißt und dann so eine Leistung raushaut. Ja, davor Respekt, danke sehr. Ja, wir sind schwer enttäuscht, so wie das Spiel gelaufen ist. Ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut im Spiel waren in der ersten Halbzeit, haben, glaube ich, dann in der Halbzeit auch, oder in dieser ersten Halbzeit dann auch die größte Möglichkeit gehabt mit Weiland nach fünf, sechs Minuten. Es gab dann auf beiden Seiten ein paar halbe Dinge, aber gut, da kann es auch dann mal in Führung gehen und haben wir da nicht gemacht. Trotzdem haben wir, glaube ich, den Gegner auf jeden Fall neutralisiert, hatten viel Ballbesitz gehabt. Wenn man dann auch von Kontrolle sprechen kann, dann glaube ich, dann haben wir es auch so ein bisschen gehabt in dieser Halbzeit und haben so ein bisschen gehofft, über eine Standardsituation, vielleicht dann auch mal ein bisschen gefährlicher zu werden. Er ist ja nicht ganz so aufgegangen, haben uns in der Halbzeitpause dann gesagt gehabt, auf gar keinen Fall, wir wollen jetzt gut verteidigen, kein Gegentor bekommen und Gegner auch mal kommen lassen. Und selber mal dann auch zu kontern und ja, dann kriegst du dann, ich glaube, mit der ersten guten Möglichkeit des Gegners dann das 1 zu 0 und dann kippt das Spiel. Dann sind wir einfach nicht in der Lage, dann weiter für Dominanz zu sorgen. Und ich finde, auf uns fehlt so ein bisschen die Gier und auch die letzte Leidenschaft, da alles in die Waagschale zu werfen. Wenn ich dann hier sehe, in der Statistik 16 Flanken geschlagen und die waren auch nicht alle schlecht. Und trotzdem war der Gegner da immer dran, weil er alles dann reingeworfen hat in den letzten Minuten. Ja, dann fehlt einfach dann so im Kollektiv dann auch dieses, ja, alles dafür zu tun, dann dieses Spiel dann auch noch für sich zu entscheiden oder einen Punkt mitzunehmen. Und das habe ich in der zweiten Halbzeit, also völlig vermisst. Das war mir viel zu wenig und da bin ich sehr enttäuscht drüber. Wir haben jetzt in den letzten drei Spielen einen Punkt geholt und es gibt da so gerade so einen Trend und der gefällt mir nicht. Und dann müssen die Spieler sich auch ein bisschen hinterfragen. In Fürth wird immer viel davon geredet, oben anzugreifen und dafür zu sorgen oder vielleicht sogar auf den Relegationsplatz zu schielen. Und wir müssen mal den Ball flach halten. Wir sollten schauen, was unten passiert. Und eigentlich ist es ja so, dass Fürth da letztes Jahr wirklich auch Probleme gehabt hat. Und back to the roots müssen wir wieder, müssen besser verteidigen, so ein 1 zu 0 mit allem verhindern und dann halt auch zielstrebiger nach vorne sein. Weil ansonsten werden wir dann in naher Zukunft auch Probleme kriegen. Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.